Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ende September bis Anfang Oktober wird die erste Wasserstoffwoche in Essen stattfinden. Austragungsort ist unser UNESCO-Welterbe-Zollverein. An fünf Tagen wird es ein sehr interessantes und informatives Programm mit vielen Partnern geben. Vielen Dank an den Digital Campus Zollverein und unsere Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft für die Initiative und die gute Organisation. Es geht um konkrete Projekte, aber auch um Visionen und vor allem um die gute Zusammenarbeit der wichtigen Akteure in unserer Stadt. Denn wir haben alle Kompetenzen zum Thema Wasserstoff in Essen. Diese gilt es zu nutzen und auszubauen. Deshalb wünsche ich allen Teilnehmenden spannende und informative Einblicke und gute Gespräche. Ihr Thomas Kufen, Oberbürgermeister der Stadt Essen.